ah was kurz ich kann kurz nicht reden sie haben mich die komplette oh mein oh Gott oh Gott oh nein Chrissi dropper ist noch einer drinnen und dropper sorry alter was war das denn meinst du eigentlich weil Mantel und und Gino so große Töne gespuckt haben dass die wirklich irgendwas können ob die wird dass die was können nee ja meinst du die haben ich glaube ehrlich gesagt die haben bestimmt ganz viel einfach nachgelesen nee nee sowas würden die machen also die lesen auf jeden fall nix nach weil die sind ja beide dumm das war mit so einer selbst traurigen Selbstverständlichkeit ausgedrückt mit toll und kante was habe ich gesagt toll und kante toll und kante hast du es gehört hast du das gerade lasst uns bitte so schnell wie möglich rausgehen Gino warum hast du das aufgeschlagen weil ich boh ich hab Bock Gino oh Gott ich bin tot ich kann nicht raus ich bin tot bitte zünd dich noch mal an fack ich bin tot nein Gino ne bist du nicht tot oder bist du wirklich ganz tot er hat mich sofort gekillt hahaha dankeschön hahaha brenn hahaha brenn nicht ins Wasser dann brenn die nicht mehr oh mein gott oh mein gott mental mimikry hat aussubscribent nein es ist der mental der berühmte der berühmte mental mimikry krass wir haben es geschafft oder hast du eigentlich schon geklärt ob es äh ne noch eine staffel noobs in action mit Gino gibt was jeder hat ne krone verdient im nick namens da müssen wir uns eh schon dran gewinnen aber gegen team limited wird es genauso sein ohhhh so ich will irgendwas werfen jetzt kommen die geilen Items auf den Tisch in der Hose von Jens riecht es nach Fisch tatsächlich ich hab den Speer verloren Gino ist es dein ernst? okay die haben mich raus geschoben ey mein Auto sieht aus wie ein Toaster holy shit verpisst euch ey wie viele seid ihr? da ist ja noch ein Motorradblöcken drin no scope no scope nein what ein schönes Ziel einen Reim zu finden auf Spiel weil meinst du nicht das ist ein bisschen zu viel keine Ahnung wäschst du eigentlich auch mit Persil das ist mir hier zu infantil ooooh die ganze die Brenne oh du Idiot ey wie dumm bin ich eigentlich ganz im Ernst warum treffen sich eigentlich Terroristen und Counter Terroristen in einem alten Schloss ganz einfach weil hier drin sind Geheimdokumente der NSA und Donald Trumps Tagebuch und das darf niemals irgendwie das Licht der Welt erblicken ähm ach so dann machst du das das war äh 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 nein äh 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 wir können auch Matteo jagen nein mann bitte nicht okay oh komm her uah Alter bis nicht alles getroffen troll und Knochen ist halt wie so schöner wohnen das ist so ein Vormittagsprogramm auf RTL und Klotz und Kante ist halt Primetime ist richtig also wenn wir halt loslegen dann brennt alles das ist korrekt Oh